Wenn wir einen Auftrag bekommen, dann muss immer alles schnell gehen. Wir brauchen 100% Maschinenverfügbarkeit. Das heißt, wir müssen uns auf unsere Maschinen verlassen können, auf unsere wunderbaren Mitarbeiter und am Ende des Tages schaffen wir es nur so, erfolgreich zu sein. Mein Name ist Tobias Haug, ich bin der Gründer von ROC Fertigung 24. Wir stellen hier Prototypen her und kleinere Mengenwägen für Fahrzeuge, also alles was exklusiv und teuer ist. Unsere Kunden sind die Fahrzeugbauer selber, wie Mercedes, Daimler, Porsche, BMW und so weiter. Wir haben aber auch viele Designhäuser, die von uns erste Felgen kaufen und ein ganz großer Anteil sind auch die Fahrzeugveredlungs- und Tuningbetriebe. Mein Name ist Finja Haug, ich habe Zersparnismechanikerin gelernt und bin jetzt Fertigungsleiterin hier im Betrieb. Wir haben bei uns im Haus 14 DMU 5-Achs-Fräsmaschinen. Wir setzen aktuell die Monoblock DMU 75 ein, in der ersten Generation und in der zweiten Generation. Wir waren einer der ersten, die die zweite Generation bekommen hat und sehen uns auch so ein bisschen als Entwicklung-Austauschpartner von DMG Mori. Die Kompetenz und die simple Bedienung der Maschinen soll DMG Mori gerne beibehalten. Wir könnten uns keine bessere Maschine vorstellen. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass der Service und die Verfügbarkeit der Maschinen aus unserer Sicht absolut tadellos ist. 2016 gegründet haben sehr viele Maschinen hier am Standort und wollen auch weiter wachsen. Und so ein Wachstum ist immer schwierig, wenn man das mit Mittel von Banken machen will. Und da war die DMG Mori Finance der ideale Partner. DMG Mori Maschinen stehen für mich als vom Design her unverwechselbar schöne Maschinen. Auf der anderen Seite robuste Maschinen, sehr einfach in der Handhabung, in der Bedienung. Und ich sage mal, diese Symbiose und der Arbeitsraum, die Größe, die passt perfekt zu uns. Wenn eine Maschine bei uns steht, wegen einem Fehler oder Wartungsproblem, dann ist DMG Mori immer sehr schnell bei uns im Haus und immer auf Abruf und versucht, die Maschinen so schnell wie möglich zum Laufen zu bringen, damit wir weiterarbeiten können. Wir wollen weiter wachsen, wir wollen unsere Maschinen ausbauen und durch unseren Anbau werden wir uns auch zeitnah deutlich vergrößern. DMG Mori ist für uns ein wichtiger Partner. A in dem, dass sie uns immer die beste Technologie zur Verfügung stellen und B natürlich auch die Finance, die uns so ein weiteres Wachstum überhaupt erst möglich macht. Die Unternehmensziele für die nächsten fünf Jahre klar und deutlich stehen auf Wachstum. DMG Mori Untertitelung des ZDF, 2020